Was zum Teufel ist denn hier passiert? Aber kannst du noch werben? Warum gibst du die einfach auf? Wie ist das? Du spielst nicht fair. Versuch's mal mit mir. Hey, dich kenn ich. Jetzt mache ich dich fertig. Dave, Dave, hol dir den Bastard! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vielen Dank.